In der neuesten Folge von Deutschland sucht den Superstar wagt sich eine bekannte Persönlichkeit aus der Reality-TV-Welt vor, die DSDS-Jury rund um Dieter Bohlen. Doch wie fällt das Urteil des erfahrenen Musikproduzenten über die Darbietung des prominenten Kandidaten aus? Die Castex-Runden von DSDS laufen auf Hochtouren und neben zahlreichen Nachwuchstalenten versucht auch ein Gesicht, das vielen aus der Fernsehwelt bereits bekannt sein dürfte, die Jury zu beeindrucken. Luisa Früh, die sich durch ihre Teilnahmen an Formaten wie Make Love, Fake Love und Prominent getrennt einen Namen in der Reality-Szene gemacht hat, steht dieses Mal allein auf der Bühne. Zuvor hatte sie beide Shows mit ihrem Ex-Partner Max Bornmann bestritten, doch jetzt möchte sie bei DSDS auf eigenen Beinen stehen. DSDS Luisa Früh überzeugt mit zweitem Song Luisa eröffnet ihren Auftritt mit dem Song Preistag von Jessie J. Doch Dieter Bohlen ist wenig begeistert von ihrer Songwahl und kommentiert trocken. Das ist der einfachste Song, den es gibt. Nach nur kurzer Zeit stoppt er ihre Darbietung, ein harter Rückschlag für die 23-Jährige. Doch sie hat noch einen zweiten Titel in petto, Bruses von Luis Capaldi. Die Frage bleibt, ob sie mit diesem emotionalen Song den Pop-Titan überzeugen kann. Luisa Früh bei DSDS Pietro Lombardi ist begeistert, Dieter bleibt skeptisch während ihre zweite Song-Auswahl deutlich besser ankommt, zeigt sich besonders Juror Pietro Lombardi von ihrer Stimme beeindruckt. Bereits nach wenigen Takten lobt er ihren Auftritt mit den Worten, Sehr schön. Auch die beiden weiblichen Jury-Mitglieder Beatrice Egli und Loredana äußern trotz kleiner Kritikpunkte positives Feedback. Sie sehen Potenzial in Luisas Stimme und belohnen sie mit einem Ja. Doch Dieter Bohlen bleibt kritisch. Er merkt an, dass Luisa zwar in den tieferen Tönen solide singe, jedoch in den höheren Lagen stark schwächele. Die Wahrheit ist, dass du in den Tiefen okay singst, aber auch nicht besonders, und in den Höhen völlig abkackst. Da war kein Ton richtig und du bist keine tolle Sängerin, urteilt er unverblümmt. Zudem stellt er fest, dass sie kein natürliches Gesangstalent habe. Dennoch reicht es für Luisa. Mit drei Ja-Stimmen zieht sie in den Recall ein. Ob sie es schafft, Dieter Bohlen doch noch von sich zu überzeugen und sich den Titel Superstar 2024 zu sichern, bleibt spannend.